Herzlich Willkommen hier zum spontanen GTA-Rennen mit Team Alketo, Alex und Torben sind mit mir hier am Start. Wir sind zu dritt und machen ein geiles Golfplatz-Rennen hier. Drei Runden, glaube ich, sind eingestellt, ne? Ja, richtig. GTA-Rennen, aber ohne Pistole und SMG. Genau, nur mit den aufsammelbaren Gadgets. Ich habe hier mir direkt den Turbo gegönnt und habe erst mal aus seinen Eiernacken abgehängt. Warum musstet ihr das nochmal erwähnen, nur mit den Gadgets? 50 hat schon die Haftbombe in der Hand. LOL. LOL. Die ist bei mir mega ver... Ich dachte, du hättest die Dinger nicht eingesammelt, weil das bei mir mega spät angezeigt wurde. Lass die Dinger verschwinden. Ja, der ist doch... Iiiiih! Da ist dein Lidro gezündet worden. Nein! Alter, verpiss dich, Alter. Verpiss du dich? Verpiss dich! Oh, die Todesbrücke! Ja, ich drehe mich jetzt mal... 180. Ja, perfekt! Ja, auch perfekt. Ja, jetzt komme ich. Ja, nicht ganz perfekt, aber ich bin längst dran vorbei. Nein, ich bin daneben geflogen. Ich stecke im Bauch. Ja! Ja! Ah, nein, da zieht er von Dannen. Und du hast eine andere Wigshaush hinter mir mit deinem verdammten blauen Kaboom-Ding, ey. Ich habe dich vielleicht merkt, ey. Einmal LT gedrückt, das haben wir das Leben gerettet und das hätte ich auch vor dem Baum gesessen, ey. Neue persönliche Bestleistung. R.O.D. Hitman, R.O.D. Nein! Oh! Da rumst das nur hinter mir und dann ist irgendwo hinter mir eine Rakete eingeschlagen. Ja, ich wollte noch perfekt zielen, aber... Ah! Gegen Blumentopf geknallt! Scheiße! Oh! Oh! Ich habe nicht mehr gelangen. Drei Runden gleich. Und die Brücke kommt noch. Ach, stimmt ja. Oh! Ja, richtig. Die Brücke, die entscheidet, ey. Wer da versemmelt, der versemmelt. Ja, das stimmt. Das Zitat des Tages. Wer versemmelt, der versemmelt. Oh, komm schon. Komm schon! Wuuu! Haha! Auch perfekt. Ja. Ja. Nee, nicht perfekt, aber akzeptabel. Wer ist dahinter? Ja. Nein! 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 Ich habe den Punkt verpasst. Lol! Jawoll! Nein! Ich habe mich auch getötet! Scheiße! Oh! 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 Selbstverständlich! Scheiße! War das letzte Runde? Nein, eine haben wir jetzt noch. Oh! Dann entscheidet die Brücke alles. Ja, da bin ich jetzt zweimal richtig scheiße rausgekommen. Oh, dann gibt es nachher wieder Verstopfung. Das hast du öfter, oder? Ja, ne. Also bin ich mit der GTA geil. Nein! Oh! Direkt am Gadget vorbei. Dann bin wir die Kurve einfach zu scharf. Ne! Komm! Oh! Oh! Nein! Jetzt noch die komische Kurve. Die verpasst den Punkt schon wieder. War ich zu gierig. Nein! 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 Das Wasser! Das wird sich lohnen können. Geil! Scheiße! Mann ey! Das wär mal ein Rennen gewesen. Ich knall wieder in zwei Seiten. Ich fahre draußen. Oh! Oh! Du kleiner Fisser ey! Du kleiner Fisser! So! Damit bin ich wohl erster. Das muss man eiskalt so sagen. Das muss man eiskalt so sagen! Und ein geiler Drift ins Ziel und das war's. Der Holp hat der nächste ins Ziel. Torben 30 Sekunden, wa? Nie beendet, sagst du? Es stimmt doch! Guck mal, jetzt gibt's Raketenboost nach hinten und jetzt gibt's extra Turbo. Ob ich das nicht schaffen würde in 30 Sekunden. Oh, man muss doch sagen, die beste Runde geht an Kevin. Ja? Ja. Warte, ich bin noch nicht in dem Screen. Ich seh jetzt noch dich hart abrocken. Ja. So, beste Runde. Yo! 1,12. Like a boss. Ah, dafür hast du 2800 mehr bekommen. Ja. So gehört sich das. Ja, Tom ist auch schon drin, ne? Jo, alles klar. Jo. Dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Ja. Wenn wir mal wieder in so ein spontanes Rennen machen. Bis dahin. Munter.